Musik Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück. Eine Woche Pause liegt hinter uns und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe komplett mit Absicht Pause gemacht. Ich hatte zwischendurch immer mal so ein, zwei Videoideen, aber ich bin niemand, der zu seinem Wort steht und ich habe euch gesagt, Black Ops 4 geht mir sowas von auf den Keks und dieses Spiel ist sowas von schlecht. Und ich hatte einfach die gesamte Woche überhaupt kein Interesse, dieses Spiel auch nur anzurühren und ich habe es auch tatsächlich, ich schwöre es euch, ob ihr mir es glaubt oder nicht, ich habe es die ganze Woche nicht angefasst. Bis gestern glaube ich. Ich war oder bin einfach durch mit diesem Spiel, ich bin damit durch, dass ich für Waffen Geld ausgeben muss, damit ich sie bekommen, damit ich sie vorstellen kann und von zu starken Waffen getötet werde. Und da gab es jetzt den Heatwave Stream, die größte Verarsche, die ich Black Ops 4 bisher gesehen habe, wurde groß mit Teaser alles angekündigt. Am Ende hat man 15 Stufen, wovon einfach nur völlig sinnlos Duplikat Kisten drin sind und nach 15 Stufen kriegt man dann ein Waffenbündel umsonst. Das ist wenig Interesse von mir, deshalb das so ad acta, aber es gab so ein, zwei Entwicklungen in den letzten Tagen und darüber wollte ich unbedingt mit euch gerne drüber sprechen. Die erste Entwicklung von dem Ganzen ist, ihr seht das ja so ein bisschen im Thumbnail, ich denke mal ich nehme das dafür, Optik Gaming ist bei den nächsten Champs im nächsten Jahr nicht mit dabei. Und als wenn das nicht ausreichen würde, ihr habt das vielleicht bei Optik Gaming ja ein bisschen mitbekommen, die Franchise wurde verkauft. Hex, also Hektor, der im Prinzip Gründer und Gründervater von Optik Gaming, von dieser Franchise, hat versucht in diesem Wettbieten mitzubieten, hat es aber nicht geschafft. Da ging es um Summen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Das ganze Roster von Optik Gaming, ob das Scampi ist, ob das Crim6 ist oder oder, so wie es aussieht, wird nie wieder so zusammen spielen, zusammen stehen, zusammen gewinnen. Man weiß aktuell nicht, auf was das Ganze hinausläuft, was mit dem Roster passiert, was mit der Franchise passiert. Das ist alles noch sehr, sehr vage, aber bei den nächsten Champs wird es das Team, so wie es jetzt ist, nicht geben. Und Activision, weil das ein hervorragender Spieleentwickler bzw. Publisher ist und sie wirklich alles dafür tun, um den letzten Cent irgendwo rauszukraben, haben sie jetzt auch bekannt gegeben, was die Roster-Spots für Optik, 100 Thieves, E-Unite etc. für das nächste Jahr Modern Warfare kosten sollen. Und wenn ihr einen Platz für eure Franchise haben wollt, müsst ihr einfach nur 25 Millionen Dollar zahlen. Was hat sie dazu inspiriert? Moneten! Ich mag Moneten! Sehr günstig, sagen sich einige. Mit E-Sport lässt sich ja Geld verdienen. Aber selbst 100 Thieves mit Nadeshot, eine der bekanntesten neuen Franchises, die wir haben. Ein Großprojekt, was die machen. Die haben 13 Angestellte, die haben League of Legends Teams, die haben Call of Duty Teams, die haben Warcraft Teams, FIFA, alles mögliche. Die sind natürlich auch dazu angehalten, wirtschaftlich zu denken und zu überlegen. Und die haben, Nadeshot hat dann 8 Minuten wieder drüber hochgeladen, erklärt, dass sie die 25 Millionen fürs nächste Jahr nicht aufbringen wollen und nicht aufbringen können, weil sie an die Mitarbeiter der Franchise denken müssen. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Die sind in den letzten drei großen Turnieren Erster, Erster und Zweiter geworden. Und weil Activision festlegt, wie viel Geld in diesem Ganzen jetzt als Spot sozusagen freigesetzt wird und wie viel man dafür haben möchte, müssen Teams wie FACE, 100 Thieves, E-United hat angekündigt, dass sie genau überlegen, ob sie es machen, sich von der weltweiten Bühne für COD verabschieden, weil sie es nicht mehr leisten können. Und es ist ja nicht so, dass die E-Sport-Szene für uns Casual Player völlig uninteressant ist. Nein, 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 ganz im Gegenteil, Leute. Die E-Sport-Szene ist eine immer größer werdende Szene, die immer mehr Geld umsetzen und immer mehr Einfluss auf die Spielerentwickler haben. Und wenn die Spielerentwickler mittlerweile so weit sind oder die Publisher eher, dass sie sagen, ja, wir wollen für das Ganze 25 Millionen Dollar haben, nur für den Spot, das garantiert ja längst nicht, dass man genug Kohle wieder rausholt, dass man kein Minusgeschäft macht, dann sind wir auf einem super, super gefährlichen Weg. Aber wir sind ja noch lange nicht fertig mit dem Ganzen. Ihr habt mit Sicherheit den Bericht gesehen von den Devs von Modern Warfare, also von Infinity War, die gesagt haben auf die Frage, ob nach Post-Launch Waffen hinzugefügt werden. Sie haben gesagt, ja, DLC-Waffen. Und dann sind die gefragt worden, hey, wenn diese Waffen hinzugefügt werden, wie kann man diese Waffen bekommen? Das könnt ihr uns auch jetzt schon mal erzählen. Und es hieß nur, darüber dürfen wir nicht sprechen, kein Kommentar. Aber wie das Ganze also laufen wird, kann ich euch jetzt schon erzählen. Und das ist so auch der Hauptkern dieser ganzen Aussage heute. Infinity War wird ein sehr, sehr gutes Spiel da gemacht haben. Ich habe da wirklich absolut das Gefühl, dass die gute Arbeit geleistet haben und dass dieses Spiel ein Modern Warfare ist, so wie wir uns das gewünscht haben. Mit Schwächen, mit Stärken, aber mehr Stärken als Schwächen auf jeden Fall. Und dazu kommt jetzt aber das Problem, dass Activision keinen Season Pass dieses Jahr anbietet. Alle Maps nach Post-Launch werden frei verfügbar sein für jeden einzelnen Spieler. Und da müsst ihr bedenken, da geht Activision eine Menge Kohle bei Flöten. Und zwar eine richtige Menge. Das ist nicht nur ein paar hundert Dollar, da geht es um Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Dollar. Ein Season Pass kostet den normalen Nutzer im Black Ops 4, glaube ich, 50 Dollar. Und wenn es 10.000 Leute gibt, die sich das Ganze kaufen, dann sind wir schon bei 50.000 Dollar. Kann natürlich auch sein, dass es noch viel mehr sind. Es ist auf jeden Fall ein dickes, dickes Minusgeschäft, wenn Activision den Season Pass rausnimmt. Und wenn wir die letzten Jahre eins gelernt haben, dann, dass Activision auf nicht einen einzigen Cent freiwillig verzichtet. Das bedeutet für uns folgendes. Wir werden irgendein Pay-to-Win-Modell bekommen, wo wir die Möglichkeit haben, für Unsummen von Geld, irgendwelche völlig überpowerten Gegenstände, Waffen, Outfit, sonst was zu kaufen. Und nachdem die ganzen Spielentwickler von Infinity Ward schon gesagt haben, wir können und dürfen nicht darüber reden, wie die Waffen nach Post-Launch bei Infinity Ward reinkommen, muss ich euch ganz ehrlich sagen, und da stehe ich zu, so wahr ich hier sitze und mein scheiß Telefon, es geht wirklich immer Leute, wenn ich ein Video aufnehme, sollte Infinity Ward oder Activision, es mir scheißegal, wer am Ende da der Hauptverantwortliche ist, in Modern Warfare wieder dafür sorgen, dass wir Waffen hinter einer Paywall haben, so wie in Black Ops 4, sprich, dass man das nur kaufen kann oder mit 100 Milliarden Spielstunden per Glück bekommt, schwöre ich euch, werde ich nie wieder ein COD anrühren, wirklich nie wieder. Ich bin ein COD-Kind und ich freue mich über COD und ich liebe es, aber, das ist mein heiliges Versprechen, ich werde mit YouTube in diesem Moment, was COD angeht, aufhören. Und ich werde auch nie wieder überlegen, da hinzukommen, denn ich muss euch eins sagen, in Black Ops 3 sind wir mit dem schlechtesten Schwarzmarkt-System aller Zeiten beglückt worden. Dann haben wir danach WW2 bekommen, was von der Möglichkeit her deutlich, wirklich deutlich besser war. Man hatte die Möglichkeit, fast alle Waffen einfach nur mit normalen Aufträgen zu erspielen oder mit ein bisschen Spielzeit aus den Kisten, die man immer mal wieder bekommen hat. Dann ging es mit Black Ops 4 weiter und Black Ops 4 hat das neueste, schlechteste Modell. Die Peacekeeper und mittlerweile hat es ja alles absolute Willkür. Aber die Peacekeepers aktuell zu stark, die Stingray, die S6, der Reaver, all diese Sachen, die jetzt so am Ende mit der Havelina zum Beispiel erst nachgekommen sind, sind viel zu starke Waffen. Und der Sinn dahinter ist natürlich klar, die super, super starken Waffen nochmal schnell irgendwie per nur Kiste. Man kann sie also nicht direkt kaufen, man kann sie theoretisch erspielen. Es gibt aber mittlerweile irgendwie 8 oder 9 oder 10.000 Items im Black Ops 4. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit diesen Schwachsinn-Items eine richtige Waffe bekommt, die ihr haben wollt, ist natürlich, ihr könnt euch das ausrechnen, nicht mal 1 zu 10.000, denn wenn ihr drei Sachen zieht, können es ja drei Duplikate sein. Also liegen wir am Ende bei 1 zu 29.000 etwas, wenn wir aus diesen Vorratskisten etwas haben wollen, was uns gefällt. Einen Peacekeeper, eine Stingray, einen Reaver, eine Havelina, irgendetwas. Und dieses Modell ist einfach die größte Verarsche dafür, dass wir schon 60 Euro für das Game ausgegeben haben. Und ich befürchte es, und da seid ihr gefragt, was eure Meinung dazu ist. Glaubt ihr, dass Activision aus Black Ops 4 gelernt hat und das in Modern Warfare anders handhabt? Oder glaubt ihr, dass sie gesehen haben, wie viel Geld damit machbar ist und sie ziehen das jetzt eiskalt so durch? Ich kann es euch nur versprechen, Leute, so wahr ich hier sitze, und ich meine es zu 100% ernst, an dem Tag, wo die allererste Waffe in Modern Warfare reinkommt, die man nur kaufen kann oder mit ganz viel Glück nach 1.000, 10.000 Spielstunden aus einer Kiste bekommt, egal ob diese Waffe gut oder schlecht ist, werde ich das Spiel in die Ecke legen, irgendeinen von euch verschenken und das war es mit COD. Die größten COD-YouTuber, die über Jahre dieses Bild bei YouTube geprägt haben, ob das Nero Cinema ist, ob das Exclusive Ace ist, ob das Drifter ist, die haben alle mittlerweile aufgehört, weil sie davon einfach die Schnauze voll haben und ich will euch ganz ehrlich sagen, 63 Kills in TDM ist nice, ich will euch ganz ehrlich sagen, auch ich habe die Schnauze voll davon. Ich habe absolut Hoffnung, da werde ich mir angucken, dass die guten E-Sports-Teams nicht teilnehmen, dass die Leute, die Public spielen, wirklich vergrauert werden mittlerweile. Natürlich können wir jetzt erstmal abwarten, was die Beta sagt, am 12. September geht es los, das sind 10 Tagen oder 9 Tagen, wenn ihr dieses Video seht. Da ist noch einiges machbar, aber Leute, ich will euch jetzt schon mal darauf hinweisen, es ist nicht alles so schön, wie es aktuell aussieht. Ich bin erstmal raus, lasst gerne ein Like da, haut rein!